Hallo und herzlich willkommen zur 38. Ausgabe von Weinverstehen leicht gemacht vom 13. Februar 2021 und damit zu einem neuen Interview aus meiner Gesprächsreihe. Auf ein Glas Wein und diese Woche eine ganz besondere Person, eine sehr wichtige Person für meine ganz individuelle oder private Weinreise, die für mich einfach sehr prägend war und letzten Endes dafür gesorgt hat mit seinen Tipps und Empfehlungen, dass ich Weinakademiker geworden bin und letzten Endes auch heute zu euch im Rahmen dieses Podcasts spreche. Dabei handelt es sich um den dritten von neun deutschen Master of Wein, seines Namens Frank Röder, der der ein oder andere von euch sicherlich kennen wird, ein ehemaliger Kollege von mir und wir hatten wahrscheinlich, wir wissen es beide nicht mehr ganz genau, im Jahr 2011 einen gemeinsamen Einsatz nach Johannesburg, wo es dann eben um mich weintechnisch geschehen ist und auf den Gesprächen heraus resultieren, dann auch mit der WSCT-Ausbildung begonnen habe. Wie üblich gibt es am Ende eine Verkostung und in diesem Falle eine besonders leckere Verkostung, wie ich finde, Frank hat mir seine selbst kreierten Weine aus der 2MW-Serie zur Verfügung gestellt. 2MW steht für 2 Master of Wein, weil er zusammen mit einem anderen Master of Wein, der ein Weingut in Baden besitzt, gemeinsam diese Weine kreiert und dann eben sinngemäß diese Weine als 2MW-Weine bezeichnet und wir haben da einen Grauburgunder als ersten Wein, aus zweites ein Rosé aus Spätburgunder und last but not least dann einen ganz gewöhnlichen, in Anführungszeichen roten Wein ebenfalls aus Spätburgunder gemacht. Diese Weine sind wie immer in den Shownotes verlinkt, sodass ihr die einfach auf Franks-Seite in seinem Webshop von masterwein.de bestellen könnt. Ansonsten möchte ich euch nochmal kurz darauf hinweisen, dass es ja einen Gutscheincode für alle Podcast-Hörer für meine Online-Weinkurse auf online-weinkurs.de gibt. Der Gutscheincode lautet podcast2021 und damit erhaltet ihr 10% Rabatt auf meine Online-Weinkurse. Wer sein Weinwissen systematisch und fundiert erweitert möchte, um aus Endziel vielleicht in Zukunft die Entscheidung, welcher Wein gekauft werden soll, leichter treffen möchte, für den sind diese Online-Weinkurse gedacht, auch gedacht. Im Prinzip sind es ja 13 Online-Weinkurse thematisch gegliedert mit insgesamt 15 Stunden Videomaterial, was im Prinzip Video-on-Demand ist, sodass ihr die Kurse auch beliebig oft anschauen könnt. Und bei den meisten Kursen ist dann auch eine Verkostung, also ein praktischer Teil dabei und die Weine könnt ihr dann bei mir im Shop beziehen. Also Podcast 2021 und ihr spart 10% von der Kursgebühr. Da möchte ich noch ganz kurz dran erinnern, dass es ja einen regelmäßigen Clubhouse-Raum gibt von mir. Am Donnerstag um 20.30 Uhr findet der wöchentlich statt mit dem gleichen Namen wie dieser Podcast Weinverstehen leicht gemacht. Dort treffen wir uns in einer lockeren Runde. Meistens habe ich einen Gast oder Co-Moderator dabei und dort könnt ihr noch eure Fragen zum Wein allgemein loswerden, sehr speziell oder spezielle Fragen, individuelle Fragen, nehme ich da ganz gerne auf und erkläre es sie dann. Und ansonsten habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, im Sinne eines virtuellen Hörertreffes diesen Clubhouse-Raum zu benutzen, um mit mir dann quasi live und in Farbe in Kontakt treten zu können. Kontakt ist auch das richtige Stichwort für meine üblichen Anliegen. Und zwar, ihr findet ja auf meiner Podcast-Seite www.weinpodcast.de ein Plugin, wo ihr mir auch Audioschnipsel zuschicken könnt. Das wäre die ideale Möglichkeit, um eure Hörerfragen auch auf diesem Wege loszuwerden. Und die kann ich dann auch sehr gut als Schnipsel bei mir in der Podcast-Show einfügen. Ja, der nächste Podcast kommt dann am 6. März raus. Wieder erwarten nochmal ein Interview. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt auch im Zuge von Clubhouse an mehr Gesprächspartner komme. Das heißt, der österreichische Wein wird noch ein bisschen warten müssen. Und am 6. März gibt es dann ein weiteres Gespräch mit dem neuesten, wenn ich mich nicht irre, neuesten Master of Wine aus Deutschland. Wer das dann ist, erfährt ihr. Entweder auf Clubhouse oder dann in meiner Facebook-Gruppe Weinverstehen leicht gemacht, wo mittlerweile wirklich sich viele Leute tummeln. Es sind fast 200 Leute, die Community erweckt so langsam, erwacht so langsam zu leben. Der Austausch beginnt immer intensiver zu werden und dort erfährt ihr natürlich alle Neuigkeiten und Updates zu meinem Wein-Podcast und zu meinen Online-Weinkursen, sodass sich jeder eingeladen fühlen darf, dieser Facebook-Gruppe beizutreten, um einfach hier auch die Möglichkeit in geschriebene Art und Weise sich auszutauschen und in Kontakt zu treten. Ansonsten sind noch ein paar Neuigkeiten rund um den Podcast geplant, die erzähle ich euch dann aber bei der nächsten normalen Seminar-Episode, wenn diese Änderungen auch zum Tragen kommen. Jetzt aber genug der Vorrede. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem unterhaltsamen und informativen Gespräch mit Frank Röder, unserem deutschen Weinmaster, wo er uns berichtet, was ihn in die Weinwelt getrieben hat, was er heute mit Wein zu schaffen hat und was die Rolle der Master of Wein in Deutschland ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Mal. Tschüss. 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 So, und das war's schon wieder mit unserem kurzweiligen, informativen und, wie ich finde, auch sehr persönlichen Gespräch mit mir und Frank zusammen. Die nächste Podcast-Episode Nummer 39 erscheint dann am 6. März 2021 mit einem weiteren Interview mit einem Master of Wine. So viel sei schon mal verraten. Ansonsten bis dahin hoffe ich, euch in meinem Clubhouse-Raum am Donnerstag um 20.30 Uhr wöchentlich begrüßen zu dürfen. Oder schreibt mir, wie immer, eure Fragen oder Anregungen oder Wünsche für diesen Podcast. Werdet Mitglied in meiner Facebook-Gruppe Weinverstehen Leichtgemacht. Dort ist einfach relativ viel schon los mit knapp 200 Mitgliedern und ich freue mich trotzdem riesig über jeden, der dazukommt. Dort erfährt er eben alles auf dem direkten Weg, um das Biotop Weinverstehen Leichtgemacht. Das soll es für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, euch in drei Wochen an dieser Stelle wieder begrüßen zu dürfen. Und verbleibt wie immer mit genussreichen Grüßen aus München. Euer Florian. Ciao. Servus. Und verbleibt wie immer mit genussischen Grüßen. Und verbleibt wie immer mit genussischen Grüßen.